Ja, nach dieser Geschichte einfach aus der deutschen Sicht einmal, wie Armenien wahrgenommen wird, wollen wir jetzt zu einer kleinen Zusammenfassung kommen und ich übergebe jetzt das Mikrofon. Weitere Dank, meine Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, wie Sie wissen, wir machen heute einen Vortrag im Rahmen der Deutschen Kulturtage. Diese Kulturtage werden durch die Schirren Herrn Dr. Martin Petzold, Mitglied des Deutschen Bundestages, und Frau Beurich, Kerstin Beurich vom Kulturstaatwenden des Stadtbezirks Berlin. Ich bedanke mich auch für die finanzielle Unterstützung beim Deutschen Auswärtigen Amt, sowie bei unseren Unterstützer, die Arminische Kirchen- und Kulturgemeinde, Rinaie Intex und dem Bezirksamt Berlin-Charlottemburg, der quasi dieser Saal uns heute zur Verfügung gestellt hat. Ich werde sehr kurz zusammenfassen, wie Sie wissen, die Kulturtage hatten zwei Teile. Der erste Teil haben wir noch im Mai durchgeführt, vom 3. Mai bis zum 26. Mai und der zweite Teil dieser Kulturtage waren vom 26. September bis zum heutigen Tag, also bis zum 2. November. In diesen Kulturtagen hatten wir sehr viele, mindestens zwei Ensembles, die aus Armenien hier eingeflogen waren. Wir hatten einen Ballettaufführungsabend, wir hatten hier auch einen Lesungsabend zum Thema 40 Tage des Bussertags, und wir hatten eine Kunstausstellung, und diese Kunstausstellung vom Aschigalenz eigentlich organisiert, den Kurator der Ausstellung gewesen, und ja, wir haben, glaube ich, unsere Pflicht gegenüber den, sagen wir mal so, unseren Vorfahren, was den Völkern auch der Armenier betroffen hat, in geringster Weise eigentlich ausgeübt, indem wir dieses Jahr ganz intensiv an Sie gedacht haben und in Ihrem Namen auch diese Veranstaltungen durchgeführt werden. Vielen Dank. Das ist ein sehr, 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 sehr. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.